Ich weiß nur, dass da oben ein Thronsaal ist. Und der Thronsaal... Über dem Thronsaal. Da müssen wir ganz nach oben. Alter. Euer Ernst. Okay, ich versuche mal, den normalen Weg zu gehen. Jetzt bin ich auf den normalen Weg. Komm, kraxeln wir hoch. Vielleicht nehme ich noch eine Abkürzung. Ich kann ja dreimal wieder hochfliegen. In dem Spiel kann man wirklich sehr viel Zeit investieren. Also, kein Wunder, dass es das Spiel des Jahres ist. Auch einfach, dass sie rumlaufen. Hab ich... ein Wow. Das heißt, ich sollte mich nicht zu... sehr mit denen anlegen. Das ist doch der Thronsaal. Das wird wehtun. Nein! Bist du des Wahnsinns, du kleiner Pisser! Hätte ich kommen... Hab ich kommen sehen auch. Über den Thronsaal altern, lass mich in Ruhe. Treff mich doch! Treff mich doch! Ach, den Thronsaal darf ich doch bestimmt noch betreten, oder? Äh, nein. Betrete ich nicht. Das... Da weigere ich mich. Ich will nicht das Spiel... ...triggern jetzt. Über dem Thronsaal... ...ist... ...hier irgendwo. Warum komme ich da nicht hoch? Oh! Dann speichere ich mal kurz. Für den Fall, dass ich was triggere... ...ich triggere. Es ist eigentlich klar gewesen, dass jetzt der Boss kommt, wenn ich da rein gehe. Wie lange will ich gegen ihn kämpfen? Sagen wir mal kurz. Damit das klar ist, ich tu das nicht für dich. Ich habe lediglich. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Ganon. Nicht mit mir. Also muss es doch hier noch irgendwas geben. Ich frage jetzt nur, wie komme ich da rauf? Was visiert mich da an? Oh Gott. Lass mich doch mal alle fett in Ruhe. Oh Gott. 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 Da oben wahrscheinlich. Das wird ein Abenteuer, da hochzukommen. Das ist ein Abenteuer. Wir kommen noch hin. Oh Gott, ernsthaft. Das ist ein Abenteuer. Ich kletter bestimmt hier ganz falsch hoch. Aber ich will da rein. Das ist ein Abenteuer. Nein! Ich speichere mal wieder. Ah! Wahnsinn! Ach wie geil ist die denn? So, jetzt müssen wir nur noch... Warte mal was? Was müssen wir suchen? Äh... Hier in der Nähe des Speisezimmers und Übungsplatz. Ich fliege gerade falsch. Ich frage jetzt nur, wo ist die Speise? Oh... Oh... Kann man nochmal... Hier ist überall irgendwo rein. Wahrscheinlich muss ich da mal einen Eingang befragen. Ach, komm schon. Oh, nö. Ernsthaft. Da drin ist doch bestimmt gleich wieder eine Lohe oder so. Leune meine ich. Wo sind die in Minecraft? Nein! Lasst mich doch mal in Hu! Oh... So... Ist das die Speisekammer oder ganz am Anfang? Ist doch die Speisekammer, oder? Au! Was willst du? Du bist nicht die Speisekammer! Ach nein! Ernsthaft! So... So... Ich glaube da oben... Ja genau, ich weiß jetzt wieder wo es ist. Zumindest... So ungefähr. Ob es wirklich da ist, weiß ich jetzt nicht. Ach nein! Es regnet! Natürlich regnet es! Oh, das ist dein Lieber! Ja! Oh... Oh... Okay... 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 Das ist... Komm, den töten wir, ich habe die Schnauze voll von diesen Mistviechern. Nein, was? Bist du mich verarschen? Nein, ich habe die Schnauze. Ich habe die Schnauze. Ich habe die Schnauze. Das war doch hier irgendwo. Oh. Ah. Ach, das ist so nervig. Ach, dann eben wieder runter. Das ist scheiße mit dem Regen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich finde diesen Eingang nicht. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter. Ich habe die Schnauze. Ich habe die Schnauze. Hier unten. Nein! Ganz ernst? Ich weiß nicht, wo das Speisezimmer ist. Ach, verlassen wir es halt mal. Da. Ja. Es ist voll verarsche, dieses Gebiet. Ich habe eine Orientierung wie eine Kartoffel. Ich finde nichts. Dabei muss ich nur zwei Orte finden, aber leider ist es so eine Karte, wo nichts steht. Hier müssen wir hin. Und hier. Und das habe ich einfach nicht gefunden. Merken. Hm. So sieht's aus. Oh. Tschüss. Das Material sammle ich jetzt nicht mehr auf. Könnten wir mal... Könnten wir mich mal? So. Jetzt kann ich wieder klettern. So. Das Speisesaal ist da. Ich war total falsch am falschen Ende. Obwohl ich da auch hin muss. Das ist ein Übungsplatz. Was noch fehlt für dieses Zelda. Auch wenn es gehasst ist, verhasst wird, wie sonst was. Aber ich finde, ich bin der Meinung, so ein bisschen Coop. So ein bisschen zu zweit. Wäre nicht schlecht. Und auch Rätsel, die man zu zweit machen kann. So richtige Coop-Rätsel. Coop-Ruinen. Coop-Sachen halt. So richtig schön Coop fehlt auch. Das ist zumindest etwas, was ich mir bei so einer großen Welt auf jeden Fall gerne gewünscht hätte. Vielleicht noch so. Wenn ich hier... Ich bin hier richtig. Das ist ein Speisezimmer. Aber da stand in der Nähe. In der Nähe heißt so viel wie Dro... Ja. Nicht drin. Fuck. Okay. So, ich habe hier noch etwas Besseres, Schweres. So, du. Gib mir das. Zack. Heißt in der Nähe vielleicht, ich kann auch raus hier und dann finde ich es? In der Nähe kann auch heißen, dass es hier einfach drin ist. Okay, ich entferne mich zu weit. Das ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Wow, sowas von. Da willst du mich verarschen? So, stirb einfach. Lass mich hier ruhen. Ist das in der Nähe? Oh, dieggeber. Ja. Okay. Da ist es, wir sie rühren. Oh, oh. Okay. Oh. 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 Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Ja, cool. So eine Art Master-Schwert-Replika. Hier ist nicht mehr das Master-Schwert, hier ist ein Elektro-Schwert. So eine Art Master-Schwert. So eine Art Master-Schwert. Okay, das ist wirklich so dum. So eine Art Master-Schwert. So eine Art Master-Schwert. So eine Art Master-Schwert. So eine Art Master-Schwert.